In der Sonne haben wir 26 Grad, 11.42. Super toll! Wir haben jetzt Ende November, kann man immer noch schön ein paar Tage in die Türkei fliegen. Wenn bei uns daheim es Schmuddelwetter ist, wenn es regnet und schneit, hat man es hier traumhaft schön. Und wir haben zum Beispiel, Matthias und ich, wir haben zusammen 500 und noch was Euro bezahlt, 260 Euro pro Person für 5 Nächte. Es ist günstiger wie ein Wellnesshotel und man hat hier die Sonne, man kann shoppen gehen, es ist einfach traumhaft schön. Und man hat 24 Stunden tolles Essen und tolle Getränke, all inklusive.